Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Part. Suche meine Bros 3X. Nach dem vermeintlichen Ende vom letzten Part, denn Bowser war ja sowas von down, geht's noch weiter. Piranha Hills 2? Weide hell! Verarsche oder so? Das sind keine Hills, das ist unterirdisch. Das ist jetzt so kack-kack-nervige Bonuslevel, oder? Oh, super. Das finde ich gar nicht schön. Boah, das ist ja richtig ätzend. Gibt's hier keinen Stern? Nein, nein, eine Blume. Eine gottverschissene Blume. Ich hätte gerne einen Stern, der meinen Namen trägt. Ihr Haschpflanzen? Oh nein. Oh nein. Wieso? Bist, you're saved. Ich will hier raus. Mehr will ich gar nicht. Krieg ich da ja noch was. Pilz! Das sind die bösen Nachwehen von Bowser, hab ich's Gefühl. Jemand, der sich nicht damit abfinden kann, dass er gelust hat. Wieder mal. Runter mit dir. Ja, ist klar. Du triffst mich auch. Runter mit dir. Runter mit dir. Oh. Oh, fuck off. Ist das eine Scheiße. Richtige Kacke. Ist das vielleicht erst zu level dann? Ich kann gerade überhaupt nicht sprechen. Das geht gerade überhaupt nicht. Ganz, ganz mies und schlecht und böse. Aber ich hasse euch. Lecko mio. Flitzekacke. So. Ich will hier raus. Bitte, bitte, bitte. Ich dachte, das Spiel wäre vorbei, dass die mal Bowser besiegt haben. Aber offensichtlich nicht. Wie nett, das wieder mal zu mir ist. Ja, ich wollte es ja so. Ist ja mein, als bleiben. Barportal. Wo geht es jetzt noch hin? Wieder so ein scheiß Level. Ach du heilige Kacke. Was wird denn das hier? Fun House? Power Up House? Marios Pet? Shit. Aha. Alter, was geht denn? Mario, I'm taking a rest in your pipe house. On your pipe house. Thank you, Luigi. But our princess is in another castle. Ach, nö. Why the hell? Fun House. Wo ist das? Ah. Uh. Das ist echt ein Level aus Super Mario Bros. 3. Wirklich nur ein Level für Münzen. Leggy, danke. Und ein Up noch gefunden. Wieso? Wieso? Das finde ich jetzt sehr unpassend. Dass hier auch noch so eine Scheiße kommt. Kriege ich da vielleicht noch was für? Außer ein paar Punkten, die ich eh nicht brauche. Ah, so ein Kack. Ich dachte, das Spiel wäre vorbei. Ich habe mich geirrt. Ich will da nicht mehr rein. Ich will was zum Power-Up holen. Power-Power-Up holen. Äh. Oh. What the hell? Oh, ich will da dran. Ich will da dran. Ich will da dran. Warum? Mario, you can't use the special Power-Ups for now. It's for your last resort only. Was? Dann gib mir mein Puschel. Welcome to the Power-House. Power-Up-House. Here you can get some Power-Ups. Ich will aber die da hinten. Hier mein Hammerbruder, den Teddy-Mann und den Frosch-Mann. Wieso gibt es hier auch noch eine Feder? Na egal. Und den und den und die Flöte. Warum? Bonus-World-One. Ach du Scheiße. Wieso gefällt mir das nicht? Oh. Dö, dö, dö. Super Mario World. Oh. Cool. Dö, 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 dö. Ach ist das nicht herrlich. Dö, dö. Und auch gar nicht so schwierig. Dö, dö. Krieg ich hier die Yoshi-Coin? Nee. Mein Puschel. Mal wieder. Cool, cool. Cool, cool. Das ist scheiße. Dö, 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 dö. Okay, so geht's auch. Ein bisschen geschietet. Ja, ne? Die Kugel-Willy. Ey, cool. Cool, 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 cool. Na ja, vielleicht wird das ja jetzt hier noch ein bisschen lustig und nicht mehr schwer. Bonus-World-Two. Ich hab fast wieder acht Minuten auf der Uhr, mein Gott. Meine Götte. Für mein Puschel behalten. Puschel-Alarm. Oh, richtig fette. Oh mein Gönnis. Bazinga. Oh, da komm ich rein. Warum? Für Münzen. Okay. Spring, du Fettsack. Äh. Ist er mich da gesäft? Alles dumme. Ich will keine Münzen. Gesse gehe ich gleich schon hier lang. Ist ja auch nicht so falsch. Nee, es war falsch. Und Kugel-Willy ist kaum geflogen. Ganz viele sogar. Wie die scheiß Schiebsee. Oh, ich mag das Level nicht. Das ist nicht schön. Ja, ha. Papier Cooper. Gut, ich brauch dich doch nicht. Ich brauch dich nicht. Ich will aber da hoch. Da geht der Pfeil lang. Also wird das wohl hier der Weg sein. Ende. Boom. Oh Mann. Bonus World. Warum das denn? Als ob das mit Bowser nicht gereicht hat. Das war für mich schon Bonus genug. Ja, ist klar. Noch mehr O-School Mario. Ich schaff ganz gerne meine Puschel. Das ist ja echt von damals. Typischer alte Level. Naja, das Level ist eindeutig aus Super Mario Bros. 1. Mit ein paar Elementen von den anderen Spielen natürlich. Ist hier nicht irgendwo ein Stern, den hätte ich hier zu gern. Arsch. Ich hasse die Hammerschweine. Oh, leg mich in deine Kackhammer, ey. Steck deinen Hammer in deiner Freundin rein. Ganz im Ernst. Nö, 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 nö. Ich möchte eine Sterne in Schöne, nö, nö, nö. Juppie. Fast mal alles überflogen. Warum auch nicht. Mit meinem Puschelchen. Schön. Oh, habe ich viel noch? Ich habe keine Lust mehr. Ganz ehrlich. Mir vergeht die Lust an diesem Prihihi. So langsam. Der ist ja irgendwo in Lakitu da oben. Irgend so ein Sack, der mir da die Sachen runterwirft. Ah, Backgrounds. Background ist ja genial. Der sieht richtig cool aus. Ist doch richtig geil, geiler Leib. Bomben, Schwimmung hier. Jeeps. Hey. Da schwimmst du trotteln dann nicht über den Fisch drüber. Ist das so schwer? Du bist an der Erde sowieso schneller. Ist mir schon klar, dass so eine Scheiße kommen musste, ne? Mario, schwimm! Oh, du kannst mich mal. Oh, beknaff... Kiffter, klemmt man. Oh, Mann! Oh, da fällt alles auseinander in dem Level hier ein. What's says the time? The time sagt, wir haben noch zwei Minuten. Oh, Mann! Du kannst mich mal so durch die Schlecken. Kann man so schlecht steuern. Sind wir durch? Sind wir durch? Ich fürchte nicht, ich fürchte nicht. Doch. Ich muss mir ja keine Sterne sammeln. Ist ja auch egal. Ab fast 50 Leben. Ich wäre mit einem ausgekommen. Obwohl, ne. Da wäre ich hier auch mal gewesen. Ein, zweimal musste ich ja neu das Level starten, weil ich mich versaved habe oder was falsch gemacht habe. Boah, Leute. Ich muss wieder cutten. Und sehen uns da wieder im nächsten Part. Beim Toadcastle. Okay, im nächsten Part von Super Mario Bros. 3X. Bis dann.